Silvesternacht ist nicht mehr weit Leute und damit bin ich auch noch einmal zurück in diesem Jahr und ich bin nicht allein diesmal ist wieder der gute Aurelio bei mir the same procedure as every year Aurelio kennt ihr schon, dazu muss ich nicht viel sagen und wir labern jetzt einfach so, was in diesem Jahr so bei uns so los gewesen ist hier mein Fokus liegt natürlich auf den Leuten, mit denen ich mich dieses Jahr sehr viel beschäftigt habe und dann wird es auch ein bisschen allgemeiner werden Aurelio wird so das auch sagen, was wozu ich jetzt vielleicht kein Video gemacht habe, aber was uns ja auch gekümmert hat dieses Jahr womit das Jahr natürlich ganz lustig schon losging, war mit meiner Auseinandersetzung mit Dekalent und wo wir gelernt haben, dass Dekalent keinen Abschluss in Latein hatte. Erstens heißt es nicht Latrinum, sondern Latinium und zweitens gab es bei mir kein großes und kleines, sondern nur ein Latinium und das war nach der Elf, ne? Ja, ja, genau, das habe ich schon wieder ganz vergessen, dass das große Latinium oder wie er es nannte. Ne, ich finde es aber zu toll, er will mich belehren, wie das heißt, weil er nicht gecheckt hat, dass ich einen Karlauer gemacht habe und macht es dann selber falsch. Das Schöne ist, da gab es dann einen, der geschrieben hat so von wegen, ich würde nur behaupten, dass das ein Karlauer ist, weil ich nicht einräumen könnte, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Was erwartest du auch? Wenn ich mich recht erinnere, hatte Dekalent seine Karriere nicht als Drachenhater begonnen? Da merkt man doch schon, wo das Intelligenzniveau herkommt. Also, ich werde aus gutem Grund zum Drachenlord nichts mehr sagen, zu dem ist alles gesagt und es käme mir wie Leichenschändung vor. Ja klar, ich wollte nur sagen, kommt da Dekalent nicht her? Ne, mir fällt gerade ein, ich habe lang genug was zu Thomas gesagt. Es ist im Grunde die gleiche Leichenschändung. Dekalent wird uns wahrscheinlich erhalten bleiben. Ich weiß nicht, was jetzt draus geworden ist. Es gab ja diese Anzeige, die wegen seines Aufrufs zur Wahl Fälschung gemacht wurde. Mal sehen, ob dabei was rauskommt. Aktuarium ist ja, wie wir schon mitgekriegt haben, angezeigt worden. Interessanterweise gar nicht wegen seiner Hamas-Apologetik, sondern wegen seiner Äußerung zu Homosexuellen erst kürzlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, hast du mich nicht vor ein paar Wochen noch gefragt, ob Aktuarium jetzt als der neue Thomas zählt? Tja, aber soweit ich weiß, ist Thomas nie irgendwie angezeigt geworden, aber das das liegt wahrscheinlich daran, dass er viel zu lustig ist, als dass man ihn anzeigen will. Und zu und zu irrelevant. Ich meine, ich meine, ich bezweifle, dass ihn irgendeiner außerhalb des Kuhkafs, in dem er lebt, ernst nimmt. Falls er überhaupt noch lebt. Wie gesagt, ich werde den Gedanken nicht los, dass Thomas nicht ohne Grund schon seit zwei Jahren nicht mehr auf YouTube aufgetaucht ist. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, er hat einfach nur die Schnauze voll, also bleibt, also lässt, also lässt er, also lässt er seine Kirche in seinem Dorf, um es mal so auszudrücken. Ja, wie gesagt, nachdem er zehn Jahre lang immer wieder seinen Kanal dicht gemacht hat und dann wie Jesus wieder von den Toten auferstanden ist, um uns mit einem neuen Kanal zu nerven, glaube ich diesmal ist es ein anderer Grund, warum er nicht mehr auftaucht. Ich meine, der schönere Grund wäre natürlich, dass die in der geschlossenen kein WLAN haben. Aktuarium, mal sehen, ob sich da was ergibt und, äh, oder Aktuarium sage ich, bei dem hat sich ja was ergeben, er hatte, er hat seine Anzeige am Hals, jetzt bin ich gespannt, ob unser irischer Kobold auch blechen darf. Mein Interesse an den beiden hat mehr oder weniger nachgelassen. Och, Decaldet ist immer wieder gut, äh, für Content, Aktuarium auch. Sinan habe ich dieses Jahr sehr intensiv verfolgt, aber natürlich jetzt nicht, um ihn zu behandeln, sondern, äh, der hat's ja irgendwie mit allen, also auf den haben natürlich, nicht nur die Karl-Babel stand auf denen, da gab's ja auch noch dieses Video von Ferros. Ferros, genau, ja. Ja, wie heißt es so schön, ja, wie heißt es so schön, wenn beide Seiten dich nicht mögen, dann machst du irgendwas richtig. Dann, was heißt da, äh, Ferros wollte ihn ja irgendwie als einen von ihnen irgendwie sehen, also Ferros unterstellt ihm ja Appeasement, weil er sich erklären wollte für seine Position, weil Ferros scheinbar nicht checkt, dass nur, weil du bestimmte Positionen mit dir teilst, dass er deswegen nicht einer von dir ist. Ich meine, äh, ich verfolge, ich verfolge, ich verfolge in letzter Zeit hauptsächlich englischsprachigen Content und das selbe, und sowas ähnliches, sowas ähnliches ist auch dem, äh, verdammt, wie war noch mal sein Name, dem Kanal, dem Betreiber vom Kanal Rationality Rules vorgekommen, wo er auch ein Video gemacht hat, wo er klar und deutlich seinen Standpunkt klar machte. Mhm. Äh, ja, äh, Ferros kann man sowieso in Wind schießen, das Lustige ist halt, wie gesagt, ist ja bloß gewesen, dass auf einmal viele seiner, äh, Zuschauer deswegen ein Problem mit ihm haben, weil er jetzt Veganer geworden ist. Ausgerechnet, dass nach all den Jahren, was der so alles da verzapft hat, ich meine, er kriegt jetzt Putin hinten rein, er, äh, hat schon, er ist schon der IB hinten reingekrochen und so war, er macht es ja immer noch, sein Content hat sich null um gar nichts geändert, seine Ausrichtung, aber dieser eine Punkt mit seinem Veganismus, das ist jetzt der Punkt, äh, wo er sich's mit vielen verscherzt hat. Also, äh, nein, also, ich, ich weiß nicht, wie ich ganz, ich kann ihn nicht wirklich bemitleiden, aber, ähm, wie soll ich sagen, äh, es hätte bessere Gründe gegeben, ihn zu hassen? Ähm, nein, ich finde, nein, ich finde, das macht, ich finde, das macht vollkommen Sinn, warum, warum er gerade wegen diesem Grund angegriffen wird. Du musst bedenken, du musst bedenken, welche, in welcher politische Richtung seine Zuschauerschaft tickt. Das sind alles Zuschauer, die teilweise, die teilweise, die teilweise an irgendwelche veralteten Männlichkeitsbilder glauben und da gehört Fleisch natürlich dazu. Als solches hassen sie Veganer. Ich hab jetzt länger schon nichts mehr zu Veganismus gesagt und an dieser Stelle wird es klar, äh, meine Karten auf den Tisch zu legen. Ich hatte mir im Sommer vorgenommen, auch so einen Weg einzuschlagen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Veganer sein würde. Äh, ich sag mal, nach zwei Monaten, ähm, wo ich's weitgehend versucht habe, bin ich dann fast wieder zu meiner vorigen Ernährung zurückgekehrt. Das ist nicht schön, aber ich muss es hier sagen, weil ansonsten wäre es heuchlerisch, das Gegenteil zu behaupten. Ich sage deshalb fast, weil ich habe trotzdem gewisse Sachen, bin ich, äh, konsequent geblieben. Also Sahne zum Beispiel habe ich durch vegane Sahne zum Kochen und so weiter ersetzt. Ich kaufe mir veganen Aufschnitt und so weiter. Ebenfalls, ich habe den Konsum an tierischen Produkten zwar zurückgeschraubt, aber nein, ich kann nicht behaupten, Veganer geworden zu sein. Das muss ich hier jetzt gesagt haben. Ich habe zwar nie behauptet, dass ich ein Veganer bin und ich habe es offen gelassen, ob ich Veganer werden würde, aber mein letztes Video zu dem Thema klang schon so, als ob ich diese Art zu leben anstrebe und deswegen muss es ehrlicherweise jetzt gesagt werden, nein, ich bin kein Veganer geworden. Trotzdem bleibt natürlich mein Fazit, meine Position, die ich dazu feroz geäußert habe, bestehen. Damals habe ich gesagt, äh, es gäbe so viele Gründe, ähm, ihn zu schimpfen, ihn auszuschimpfen, sich über ihn zu beschweren, aber das macht er definitiv richtig und dabei bleibt es auch. Nein, Veganer machen dieses richtig. Es ist ethisch gegenüber Tieren, es ist die ethisch konsequenteste Entscheidung gegenüber Tieren, die man treffen kann, zu sagen, ich verzichte auf tierische Produkte. Also ich bleibe diesem Standpunkt treu, ich muss es bloß gesagt haben, dass ich kein Veganer geworden bin. Gut, an der Stelle werde ich mich nicht dazu äußern, schlicht und ergreifend, weil ich habe auch so schon das Problem, dass ich dies und jenes nicht mag bis zu dem Punkt, dass ich würgen muss, wenn ich es sehe. Wenn ich da jetzt noch auf vegan umgehen muss, dann werden meine Ernährungsoptionen relativ mager. Also vegane Mortadella ist super und ansonsten, es gibt auch viele Produkte, die esse ich, weil die sowieso vegan sind. Also zum Beispiel habe ich mir letztens Krautschupfnudeln gemacht, weil das einfach an Weihnachtsmarkt erinnert. Ich war dieses Jahr gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt, hat sich nicht ergeben. Ich bin da regelmäßig wegen der Steaks im Brötchen. Also Krautschupfnudeln sind sowieso vegan und was ich meide ist veganer Fleischersatz, außer diese Fake Mortadella, die ist wirklich gesagt gut, finde ich gut. Ansonsten ersetze ich Fleisch in mehreren Gerichten durch irgendwas Natürliches, also Pilze, Kartoffeln. Ich habe gemerkt, dass man Gulasch auch ganz gut mit Kartoffeln statt, also mit Kartoffeln und Pilzen machen kann. Da braucht es dann kein Fleisch. Wenn du die richtigen Gewürze nimmst, schmeckt es genau gleich oder fast. Als ich bei einer guten Freundin zu Besuch war, habe ich das erste Mal in meinem Leben Tofu probiert. Es schmeckt definitiv besser, als es den Ruf hat. Allerdings hat mir meine Freundin, allerdings hat mir besagte Freundin auch gesagt, dass Tofu verdammt verdammt schwierig zu kochen ist. Also Tofu habe ich jetzt direkt nicht gekauft, aber ich habe natürlich gewisse Fleischersatzprodukte, die mitunter auch auf Sojabasis sind, gekauft und ich sage mal, das wenigstens davon hat mich zwar überzeugt, aber man kann Fleisch auch ganz gut, wie ich gemerkt habe, eben durch Pilze, Kartoffeln, Zwiebeln, sonst was ersetzen. Was ich auch nach wie vor oftmals, ich muss zugeben, aber nicht immer tue. Der Hauptpunkt, wo ich mich inzwischen gar nicht mehr vegan ernähre, ist im Bereich Käse. Fleisch kann man ganz gut auch durch Sachen ersetzen, da muss man gar nicht auf diese künstlichen Fleischvarianten zurückgreifen. Pilze wie Kräuterseitlinge zum Beispiel sind mir viel lieber als Kunstfleisch. Wenn Ferros veganer sein will, dann macht er definitiv hier was richtig, wenigstens da. Aber der Rest... Gut, ich denke, ich glaube, ich glaube, ich habe in den Kommentaren ja auch dazu gesehen, dass bei einigen ist das Problem nicht, dass Ferros es macht, sondern wie er es macht. Und zwar mit demselben vehementen, nennen wir es mal Militarismus, den er auch in anderen Themen an den Tag legt. Militarismus... Ja, du meinst, dass er militant ist, wie die militante Veganerin. Ja, genau, das meine ich. Ja, ja. Ja, gut, das hat sie bei den anderen Themen, über die er spricht, vorher auch nicht gestört. Wie gesagt, ich schildere nur, was mir sonst so einfällt. Ich habe ganz vergessen, dass das mal Thema gewesen ist. Da ist in den letzten Monaten doch ein bisschen zu viel passiert, dass meine Aufmerksamkeit woanders hin gerollt ist. Nee, also, wenn Ferros mir das vorwerfen will, dann hat er zweifellos recht. Da werde ich ihm auch nicht widersprechen. Widersprechen werde ich ihm bei dem ganzen anderen Scheiß, den er vom Stapel lässt. Was sich durch dieses Jahr und dieses Thema Veganismus bei mir halt geändert hat, ist, dass ich inzwischen gefunden habe, dass man viel, viele Fleischgerichte und so weiter, die ich vorher gekocht habe, sehr gut ergänzen kann durch Pilze, Kartoffeln, sonstige Gewürze. Also, ich brauche definitiv jetzt viel weniger tierische Produkte als zuvor. Ich verbrauche, sage ich besser, weil brauchen klingt so, als ob sie unabdingbar sind. Nein, das sind sie nicht. Aber nein, wenn Ferros mir das jetzt vorwerfen will, dass ich nun mal das Leid dieser Tiere in Kauf nehme, hat er zweifellos recht. Da widerspreche ich ihm nicht. Widersprechen kann ich ihm bei anderen Themen, wenn es um Putin geht oder wenn es um die IB geht oder den ganzen anderen Sch... Ach, was er sonst so verzapft. Ich habe schon länger jetzt zu ihm nichts mehr gesagt, aber man könnte sich auch wiederholen. Ich wette, seine Themen wiederholen sich auch die ganze Zeit. Ja, das, wie ich immer sage, äh, äh, es ist immer entweder Putin, es ist, ähm, gut, Corona ist jetzt ziemlich obsolet geworden, darüber, ähm, spricht kein Schwein mehr. Äh, und, und ansonsten ist es der ganze Zirkus aus Schnellrohder. Okay, ich glaube, du hast das Video von Snicklink, das ich gepostet habe, nicht gesehen. Nein. Aber Corona ist jetzt... Anscheinend ist da irgendwo, anscheinend ist da irgendwo bereits eine neue Welle im Anflug. Und es sollen, und es sollen neue Impfungen geben. Ja, ja, dann wissen wir ja, was nächstes Jahr auf uns zukommt auf diesen Kanälen. Ja, wie gesagt, Snicklink hat ein Video rausgebracht, wo es... Ich weiß, ich bin mir an der Stelle nicht mehr sicher, ob er die Weltverschwörungstheorien um das World Economic Forum und Great Reset da aufs Korn nimmt und er einfach so gut geworden ist, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob, ob das ernst, ob das ernst gemeint ist oder eine Parodie. Also ein klassischer, ein klassischer Fall von PostLaw oder ob er wirklich mittlerweile unter den Verschwörung, Verschwörungstheoretikern tickt. Tja, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich den Kanal nicht so kenne. Ich überlege gerade, was war noch so auf meinem Kanal oder überhaupt auf YouTube dieses Jahr los. Ach ja, es gab ja diese Y-Kollektiv-Geschichte noch. Dazu habe jetzt ich kein Video gemacht, aber genug andere. Und ich habe es auch schon mal gestreift. Das hat mich so sehr erinnert an die Sache mit Raik und Imp und Dorian damals. Apropos Imp, wo du das gerade angesprochen hast. An dieser Stelle kann ich mir nicht verkneifen. Moment, da schiebe ich noch ein. Scheinbar gibt es einfach Sachen, die kommen hier alle Jahre wieder, aber Weihnachten war schon. Deswegen kann man hier in Bezug auf diese Y-Kollektiv-Geschichte einfach sagen, the same procedure as last year oder every year. Was wolltest du? Ja. Apropos Imp. Imp hat vor kurzem ein Video rausgehauen, wo er sich wieder mal, wo er sich mit Böhmermann auseinandersetzt. Ach, Böhmermann war dieses Jahr auch wieder. Ja. Ja, aber erzähl. Ich habe das Video angeguckt. Ja, aber erzähl du. Ich habe jetzt viel geredet. Ja, im Prinzip. Ja, im Prinzip. Imp guckt Böhmermann regelmäßig. Er sagt auch explizit, es gibt Beiträge von Böhmermann, die er gut findet, weil es halt immer noch Leute gibt, die ihm vorwerfen, er sei nachtragend wegen der Sache damals. Lustigerweise ist das Segment, wo es um ihn selber geht, einfach nur sehr kurz gehalten. Ja, da war halt diese Doku von Reich anders und Böhmermann war einfach der Signalverstärker, ohne groß nachzugucken, worum es geht. Das hätte ja Rechercheaufwand bedeutet, dem man nicht bereit war zu tun. Aber mir fällt... Ich meine auf der anderen Seite, ich habe einen Kumpel, der ist ein etwas begeisterterer Böhmermann-Fan, der hat mich erst mit Jan Böhmermann vertraut gemacht. Der hat mir zum Beispiel, der hat mir zum Beispiel einen Beitrag von Böhmermann gezeigt, wo es um die, wo es um diesen speziellen, um diesen speziellen Polizeichat in Hessen geht, wenn du weißt, wovon ich spreche. Ja. Ja, für die Zuschauer, die, für die Zuschauer, die Böhmermann aufs Prinzip nicht gucken wollen, hier eine kurze Erklärung. Im Prinzip haben ein paar, haben ein paar der Polizisten in Hessen eine eigene Chatgruppe aufgemacht und die Sachen, die da drin stehen, da ist wirklich alles dabei, was so an Abscheulichkeit ist. Rechtsextremität, Sexismus, alles Mögliche. Na, wobei, wobei, ich sag mal, um Sexist oder Rechtsextrem zu sein oder als solcher definiert zu werden, da gehört bei Böhmermann nicht viel dazu. Ne, also in dem Punkt kann ich dir sagen, was da alles dabei war, was da alles dabei war, da hat, da kann man wirklich einen Punkt machen. Zum Beispiel der Clip, der, zum Beispiel, das, das Meme, in Anführungszeichen, das mir am besten das Gesicht, am besten in Erinnerung geblieben ist, war so eine Rolle, war so eine Rolle Paketklebeband, wie du es wirklich benutzt, wenn du, wenn du etwas ganz dicht haben willst und darunter die Aufschrift immer gut, immer gut, immer gut geeignet für Frauen, macht aus einem Nein, Nein ein sinnliches Mh, mh, mh. Also, ich denke, an der, ich denke, an der Stelle kann man, ich denke, an der Stelle kann, kann niemand Böhmermann irgendwie vor, vor einiges, vor einiges Schlüsse vorwerfen. Welchem Kontext war das? In der Jetgruppe gab es keine Konten, gab es keinen Kontext. Das, was ich gesehen habe, die haben da einfach nur irgendwelche, irgendwelche Memes in der Hinsicht geteilt, irgendwelche Memes etc. geteilt, einfach so, was ihnen einfällt. Natürlich, ein Problem ist, dass das, was Böhmermann gezeigt hat, war, war in vielerlei Hinsicht heftig, auch heftig zensiert, weil man das nicht direkt zeigen kann und konnte und wollte. Da sind auch, da sind auch teilweise wirklich, teilweise sind auch wirklich nur Erklärungen dabei, was auf dem Bild abgebildet ist, anstatt das Bild selber. Zu Böhmermann, also, da fällt mir jetzt noch ein, weil ich ja dieses Jahr selber ein Video gemacht habe, was ich ja verändern musste, weil mir Böhmermann nicht erlaubt hat, ihn zu zitieren, weil die ja hier eine Content-ID haben, die sie schützen lassen. Na toll. Da kann ich noch etwas Kleines hinzufügen. Vor einigen Wochen habe ich eine E-Mail gehabt, in meinem E-Mail-Postfach von YouTube, die haben einen Link aus der Videobeschreibung meines Videos zu Böhmermann entfernt, angeblich wegen Irreführung. Ja, ich habe einfach zwei Zeitungsartikel zu diesem Thema verlinkt gehabt. Diese Zeitungsartikel geben zwar nicht meine Meinung wieder, aber sie sprechen halt über das, was ich in dem Thema, in dem Video behandelt habe. Das kam mir schon so vor, als ob da irgendjemand nur etwas gesucht hat, um es rauslöschen zu können. Scheinbar haben sich einige über mein Video beschwert und weil sie mir mit Urheberrecht nicht kommen konnten, haben sie jetzt wenigstens einen Link aus der Videobeschreibung entfernt zu einem Zeitungsartikel. Warum auch immer. Also, haben wir gedacht, ja, jetzt wird schon... Ich meine, es hatte jetzt keine Konsequenzen. Alles gut. Das war auch das Video, wo die meisten Trolle kamen. Also, dieses Böhmermann-Video, dicht gefolgt von Dekaldez, was ja hübsch die gleiche Bubble ist. Geistesgrößten, die genau das Gegenteil von dem gelabert haben, was ich gerade erklärt habe, die scheinbar auch Schwierigkeiten hatten zuzuhören, weil ich habe ja alles in dem Video erklärt. Und das Lustige ist, ich hatte in dem Video ja auch die Screenshots eingeblendet, die Screenshots von der Meldung von YouTube, dass es mir nicht erlaubt ist, diese Sachen aus Gründen des Urheberrechts zu zeigen. Und da kamen tatsächlich dann Kommentare drunter, die mir vorgeworfen haben, ich würde diese Sache bloß nicht zeigen wollen, um nicht widerlegt zu werden durch die Original-Ausschnitte. Nur weil ich mich nicht trauen würde, Böhmermann zu zitieren und ihn so auseinanderzunehmen. Ja, dann sag Glückwunsch, du hast noch nicht mal den Anfang des Videos gesehen. Ich verstehe nicht mal, warum Böhmermann überhaupt so eine Fanbase hat. Ich finde ihn kein bisschen komisch. Nee, nee, nee. Und wie gesagt, wenn es um seine Beiträge geht, das ist, genauso wie bei Karolin Kebekus Comedy, auch so ein Münstwurf. Mal ist es gut, mal ist es nicht. Das Einzige, was Karolin Kebekus kann, was ich leider nicht kann, ist singen. Das wünschte ich mir auch zu können. Aber ansonsten, es ist, Jan Böhmermann, auch sein Gedicht damals zu Erdogan war jetzt Geschmackssache, war nicht meins. Aber ich sag mal, ich gönne ihm den Erfolg, den er gegen Erdogan hatte. Aber es ist, ich weiß nicht, ob der dunkle Parabelritter es war oder wer es war, hat das sehr schön dargestellt. Böhmermann, wenn er kritisiert wird, dann heißt das, ja, war ja nur Satire, war ja nicht ernst gemeint, so nach dem Motto. Aber ein andermal tut er dann wieder so, als sei er Journalist. Wenn es um Recherche und um Informationen geht. Investigative Journalist. Ja, was bist du jetzt? Bist du Satiriker oder bist du Journalist? Das hat Imp in seinem Video auch angemerkt. Ja, ja. Dann war es Imp, dann war es nicht der dunkle Parabelritter, der es angemerkt hat, ja. Aber ich meine, diese Ausrede, das waren nur Satire, die kenne ich zu genüge, die hatte ich auch selber schon in mehreren Diskussionen. Und es ist eine lausige Ausrede, weil Satire bedeutet ja keineswegs, dass dahinter überhaupt nichts steckt. Meistens steckt hinter einem satirischen Spruch ja dennoch eine ernst gemeinte Aussage, die man einfach bloß etwas anders verpackt hat, mehr nicht. Und welche Aussage dahinter steckt, das erkennt man am Kontext und das erkennt man vor allem, wenn man weiß, welche Position das Gegenüber vertritt. Dann weiß man, in welche Richtung derjenige gezielt hat. Nee, ich sage das, weil ich hatte das auch selber schon in Diskussionen, dass jemand dann mit, das war doch nur Satire oder das ist doch nur ein Meme, dass das dann als Ausrede kommt. I'm just, it's all just comedy. Ja, ja, klar. An der Stelle ist meine Antwort ziemlich simpel. Es ist nur Comedy, denn, sorry, aber selbst, sorry, aber selbst als Comedy ist das einfach nur grottig. Ja, nee, noch lustiger ist es, wenn jemand die ganze Zeit sich so verhält und dann sagt, ja, nee, ich bin doch nur zum Trollen hier. Ach so, das heißt, deine ganzen Emotionen und das Ganze, was du hier vom Stapel lässt, das ist gar nicht deine Meinung, oder was? Ja, genau. Du bist nur am Treuen. Warum soll ich denn überhaupt etwas ernst nehmen, was du sagst? Schlicht und ergreifend. Nee, nee, wie gesagt, wenn du diese Leute kennst, die da das Ganze von sich geben, dann ist diese Ausrede sowieso hinfällig, weil Satire ist eine Form, du kannst etwas satirisch verpacken, aber die Aussage, die dahinter steckt, ist ja dennoch die gleiche. Solche Leute kennen nur eine Form von Lucidität und das ist, ach, ich weiß nicht, wie übersetze ich das am besten? Wie übersetze ich den Begriff Terminal Lucidity am besten ins Deutsche? Wart mal kurz, ich suche mal einen Artikel dazu raus und eine deutsche Übersetzung. Sollte nicht schwer sein. Oder auch nicht, es ist, ah doch, sieben Sprachen. Oh, den Artikel gibt's, okay, scheinbar gibt's keine direkte deutsche Übersetzung. Dann funktioniert der Witz wirklich nur im Englischen, weil der Begriff Terminal Lucidity ist im Prinzip ein unerwartetes Wiederkehren von mentaler Klarheit, kurz bevor der Tod eintritt. Ähm, sehe ich jetzt bei Böhmermann nicht gegeben. How dare you! Und damit wären wir dann auch schon bei einem der letzten Themen, weil viel gab es ansonsten ja dieses Jahr nicht. Es kommt alles, alles und immer wieder. Und jetzt hatten wir ja auch noch die Sache mit Greta Thunberg, die plötzlich in Ungnade gefallen ist. Die Ikone von Friday for Future ist auf einmal durch Hamas-Apologetik und dergleichen aufgefallen. Was gibt's für Hamas-Apologetik an der Stelle? Der erste Vorwurf war nichts anderes als eine Fabrikation, weil sie einen kleinen Oktopus, Oktopus auf ihren ersten Bild hatte. Der ganze Kontext ist ganz, was sie da bringt. Tja, was soll ich da so sagen? Weißt du, was dieser kleine Oktopus gewesen ist? Das ist ein Spielzeug, das speziell für Autisten angekündigt ist. Ich weiß, was es ist. Dieses Spielzeug ist mir auch scheißegal. Mir geht's darum, wozu die ihre Demos da benutzt. An der Stelle kann ich nur sagen, an der Aussage stoppt Zionismus ist in meinen Augen als Antitheist und als Misanthrop absolut nichts verkehrtes. Warum ist das bitte jetzt Hamas-Apologetik? Entweder bringst du mal konkrete Beispiele oder wir können uns zu dem Thema gleich streiten. Sie, es ist gerade eben vor zwei Monaten ein riesiges Massaker an israelischen Zivilisten angerichtet worden durch Terroristen. Es war ja die Hamas. Und Greta Thunberg fällt nichts Besseres ein, als kurz danach einfach einen auf die Armen Palästinenser zu machen und so weiter. Ich bestreite nicht. Ich bin dafür. Natürlich sollen auch die ihren Staat haben und natürlich leiden auch Palästinenser dort. Aber sie leiden halt auch darunter, dass die Hamas gewisse Einrichtungen benutzt. Immer wenn es heißt, Israel bombardiert irgendwelche Einrichtungen, weil die Hamas sie benutzt hat. Und in neun von zehn Fällen ist Israel bis heute irgendeinen Beweis für diese Aussage schuldig. Und ich sage es mal so, die IDF ist so schlecht darin, diese Beweise zu fälschen, dass selbst die Reporter teilweise nicht umhinkönnen, Witze drüber zu machen. Es ist, man muss Greta Thunberg erst einmal daran erinnern, dass hier gerade ein Haufen israelischer Zivilisten durch Terroristen entführt wurden, dass sie überhaupt das mit einer Silbe erwähnt. Man merkt halt, auf welcher Seite sie steht. Und dass ihr das alles scheißegal ist, was die Hamas da macht. Das hat man bei ihren Reaktionen gemerkt. Wolle ich dir was sagen? Mir ist auch scheißegal, was die Hamas da macht. Und zwar das, was Israel macht, ist nicht nur um 20 Mal schlimmer, sondern bestärkt die Hamas auch nur in ihrem Vorgehen. Das Lustige ist, gestern habe ich mal wieder einen Spiegel ausgetragen und der Hauptartikel war, kann die Hamas überhaupt besiegt werden? Lange Rede, kurzer Sinn, ohne den Artikel gelesen zu haben. Nein. Das ist den Amis nach jahrelangen Einsatz in Afghanistan mit den Taliban nicht gelungen. Das wird Israel auch nicht gelingen. Und an der Stelle... Ja, es sind Terroristen. Natürlich wird dieser Terror nicht verschwinden. Ja, und das, was Israel anrichtet, und das, was Israel gerade macht, nur um dir mal Beispiele zu nennen. Gerade eben habe ich zum Beispiel ein schönes Video von Al Jazeera, wo ein israelischer Scharfschütze, eine Mutter und eine Tochter, in einer Kirche Gazas, die schon zu Kriegsbeginn als Kirche deklariert wurde, wo einfach nur Geflüchtete beherbergt werden. Ja, zwei Menschen wurden von einem Scharfschütze einfach kaltblütig niedergeballert, ohne Vorwarnung. Und weil Al Jazeera das behauptet, du sagst, die israelische Regierung sei unglückwürdig, aber Al Jazeera ist das? Al Jazeera, ja. Das ist deren englischer Kanal, das Video. Ja, Al Jazeera. Ja, das hältst du dann für eine glaubwürdige Quelle, wenn du schon sagst, dass... Glaubwürdiger als die Zionisten-Propaganda alle Male. Aha. Ich kann dir gerne noch andere Quellen nennen für Israels Verbrechen. Zum Beispiel all diese lustige Geschichte mit Hamas hat Babys geköpft, hat sich mittlerweile vollständig als Lüge herausgestellt. Ich kann dir so einen Haufen Kanäle empfehlen zum Thema Democracy Now, Secular Talk, The Rio News Network, The Rational National. Man hat den Palästinensern oft genug ihren eigenen Staat angeboten. Und ich bin dafür, dass dieses Angebot nach wie vor steht. Aber die Hamas will es nicht. Die Hamas will sowohl Israel als auch das Juni-Turm generell ausrotten. Daran zweifle ich nicht. Ja, aber deswegen kann es mit denen auch keinen Frieden geben, solange die Hamas da was zu sagen hat. Mit den Zionisten kann es auch keinen Frieden geben. Nur mal so. Vor ein paar Tagen hat ein gewisser Benjamin Netanyahu Libanon angedroht, deren Hauptstadt Beirut zu bombardieren. Die Hauptstadt Beirut liegt im Norden Libanons. Die Terroristengruppe Hezbollah operiert aus dem südlichen Libanon heraus. Nur mal so. Die kämpfen nicht gegen die Hamas. Und nur mal so nebenbei. Ja, nicht nur. Es gibt ja mehrere Terrorgruppen und mehrere Islamistengruppen, die Israel und auch das Judentum dort auslöschen wollen. Tatsache ist, dass Muslime in Israel gleichberechtigt sind. Die haben ihre Partei. Die sitzen in der Knesset und also Palästinenser auf israelischem Gebiet. Oh ja, ja genau. Und den Schwarzen in Amerika geht es genauso gut, weil die haben auch Abgeordnete im Kongress. Die haben auch. Ja, genau. An der Stelle kann ich dir nur den YouTuber Bad Empanada empfehlen. Der Kerl nimmt wunderbar auseinander, was tatsächlich in Israel vor sich geht. Nun, dass es bestimmte Ressentiments gegenüber diesen Leuten gibt, gegenüber Palästinensern, gegenüber muslimischen Palästinensern. Das kannst du dir ja wohl denken. Oh, nicht nur gegen muslimischen Palästinensern oder Palästinensern. Guck dir mal an, wie Israel mit Juden, die aus Äthiopien kommen, umgeht, mit Christen, mit Christen, klar, mit Christen. Da, glaub mir, glaub mir, dass der einzige Grund, warum Martin Sellner und Götz Kubitschek Israel nicht über den grünen Klee loben, ist, weil es immer noch ein jüdischer Staat ist und es bei ihrem Publikum nicht ankommt. Ich kenne Sellners Äußerung ja immer noch zum Judentum. Ich habe sie oft genug zitiert. Ja, Israel ist ein Ethnostaat, wie ein Sellner und Kubitschek sich nicht besser erträumen könnten. Also ich denke mal, was die haben würden, wäre dann nochmal einen Zacken schärfer, weil das geht ja dann in die Richtung von Republikfeinden aus der Zeit der Weimarer Republik. Aber ich weiß, dass Israel im Demokratieindex und im Pressefreiheitsindex nicht so weit vorne ist wie wir hier in Deutschland. Aber natürlich unter den Staaten im Nahen Osten ist es noch am weitesten vorne. Und es ist nicht so schlimm wie andere. Ist das wirklich die Messlatte, nach der du etwas beurteilen willst? Israel ist für eine Demokratie und so weiter. Also Netanjahu pisst die ganze Zeit die Justiz in Israel an, weil die ihm blöderweise zu unabhängig ist. Tja, irgendwas hat Netanjahu nicht verstanden am Grundkonzept. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, der Vorwurf des Apartheidstaates ist in Anbetracht der Tatsache, dass die Palästinenser in Israel ihre Partei haben dürfen. Und ansonsten, natürlich, ich glaube jederzeit, dass es da auch Diskriminierung und Benachteiligung auf nichtrechtlicher Ebene gibt. Aber rechtlich sind sie gleichberechtigt auf israelischem Gebiet. Micha, Micha, in der DDR gab es auch andere Parteien außerhalb der SED. Ist die DDR deswegen auch eine Demokratie? Äh, Blockparteien-System. Es war schon in der DDR mit ihren Einheitslisten klar, dass die SED am Ende gewinnt. Okay, anderes Beispiel. Russland bezeichnet sich selbst auch als aufgeklärte Demokratie. Und, äh, ja, in der Praxis sieht das, sieht das, sieht das, sieht, sieht, in der Praxis sieht das wesentlich anders aus. In Israel gibt es regierungskritische Zeitungen, die Partei für Palästinenser ergreifen. Gäbe es sowas in Russland? Anti-Putin-Zeitungen, Journalisten, die frei rumlaufen dürfen, wenn sie Putin kritisieren? Klar, Russland war wenigstens so frei, sich nur auf drei Journalisten-Erschießungen pro Jahr zu beschränken. Aber, ja, die Journalisten gibt es. Die laufen halt nur Gefahr, dass sie plötzlich erschossen werden. Russland kann genauso gut den Schein wahren, wenn sie es wollen. Das Einzige, was wirklich hier Problem ist und wo, ähm, wo ich jetzt nicht sehe, wie die das wieder rückgängig machen wollen, ist die Siedlungspolitik. Äh, wie, das war der Scheiß, den hätten die nie anfangen dürfen, abgesehen davon, dass es völkerrechtswidrig ist. Angenommen, ich habe es ja schon mal gesagt, angenommen, es gäbe noch einmal den unwahrscheinlichen Fall, wie damals zwischen Isaac Rabin und Arafat, dass es eine Annäherung gäbe, dann würde das sehr schwierig sein, wenn man gerade so viele Siedlungen außerhalb des eigenen Staatsgebietes gebaut hat. Das wieder rückgängig zu machen, das ist, ähm, ja, das stelle ich mir schwierig vor. Das ist, ja, genau das ist Sinn der Sache. Darf ich dich daran erinnern, was aus, was aus Rabi wurde, wurde, nachdem er, nachdem er dieses Akkommens... Ich weiß, dass er von einem jüdischen Extremisten erschossen wurde, ich weiß. Weißt du auch, wo dieser jüdische Extremist seine Extremist auf die Idee gekommen ist? In der Synagoge? Nein, auf einer Gegenveranstaltung. Und dessen Sprecher war, auf einer Gegenveranstaltung, dessen Hauptsprecher Benjamin Netanyahu gewesen ist. Ich weiß, dass der mit diesen sympathisierte damals. Aber das... Nicht nur sympathisierte, da war der Hauptsprecher darauf. Ja, ja, nö, also Netanyahu, ich denke mal, dass Israel einen großen Schritt Richtung Freie Demokratisierung machen würde, wenn Netanyahu durch einen anderen ersetzt wird. Und gegen, und durch wen, hä? Genau, das ist das Problem. Nur, um dir das mal klar zu machen. 75 Prozent von Israels Bevölkerung ist gegen Netanyahu. Ja. Nur 10 Prozent der israelischen Bevölkerung ist gegen dieses Massaker, das gerade angerichtet wird. Das ist genau das, das ist genau dieselbe Prozentzahl wie, okay, nicht genau dieselbe, aber das ist eine ähnliche Prozentzahl wie Russlands Bevölkerung und den Ukraine-Krieg. Nur, um dir das mal klar zu machen. Die israelische Bevölkerung ist keinen Deut besser als die russische. Ach so. In der Hinsicht. Also, ich würde jetzt den Überfall Putins auf die Ukraine und die Angriffe oder beziehungsweise die Verteidigungsmaßnahmen Israels, ich rede nicht vom Siedlungsausbau, ich rede von Verteidigungsmaßnahmen. Verteidigungsmaßnahmen. Nur mal so. Es wurden gerade ein Haufen israelischer Zivilisten durch die Hamas abgeschlachtet. Und die EDF hat mittlerweile auch angefangen, auf alles zu schießen, was sich bewegt und dabei ihre eigenen Geiseln abgeknallt. Denen geht es nicht um Geiselrettung. Denen geht es nur darum, ihren Feind zu vernichten, wann immer der mal auftaucht. Wie gesagt, die einzigen, die es in der Hand hätten, diesen Konflikt von heute auf morgen zu beenden, wären die Sprecher der Palästinenser. Natürlich hat Israel mit dem Siedlungsausbau jetzt hier etwas geschaffen, was nur schwer wieder zu korrigieren oder gerade zu biegen ist. Aber... Denen hört niemand zu! Die einzigen, die das beenden können, ist Amerika, in denen sie endgültig sagen, so, Schluss jetzt. Wir liefern euch keine Waffen mehr. Und das werden sie niemals tun. Das werden sie niemals tun. Denn Israel ist deren bester Kunde. Und der Großteil von Amerikas gesamter Industrie sind Waffen. Die Palästinenser können da überhaupt nichts machen. Die Palästinenser könnten sich endlich einverstanden damit erklären, dass sie ihren Staat bekommen, aber sie müssten halt akzeptieren, dass Israel existiert. Sie hätten ihren Staat schon längst haben können, aber die Hamas wollte ja nicht. Denkst du wirklich, dass Israel damit aufhören wird? Nein! Die werden mit ihrer Siedlungspolitik fortfahren. Die werden sie immer weiter austreiben. Genau das ist es, was gerade passiert. Du willst, dass ich das alles drin lasse im Stream? Kannst du machen! Gut. Die Siedlungspolitik ist das wirklich das Einzige, was hier problematisch ist. Oh nein! Du hast nicht reingeguckt, was da alles vorgeht. Interessant. Von mir aus kann man mich ein Antisemiten schimpfen. Ist mir egal. Für mich hat das Wort Antisemit mittlerweile dieselbe Bedeutung wie der Begriff Konterrevolutionär der Sowjetunion. An dieser Stelle haben wir uns nichts zu sagen. Ja. An dieser Stelle nicht nur wegen dieses Themas, Leute, sondern auch, weil wir alle jetzt hier die Themen, die uns dieses Jahr so beschäftigt haben und die auch auf meinem Kanal zur Sprache kamen, hier eigentlich schon durchgekaut haben, weil es kam ja alles ständig wieder. Immer wieder gab es sowas um Dekadent. Dann ging es mal wieder um Veganismus, dann hat wieder Böhmermann was angestellt, dann wieder Aktuarium und so weiter. An dieser Stelle gibt es eigentlich nicht viel, was ich noch sagen kann. Wir sind mit dem Jahr durch. Und an dieser Stelle wünsche ich ein frohes Neues und lasst es krachen. Es ist ja, es gibt ja jetzt schon längst keine Corona-Bestimmung mehr. Also das mit dem Böllern dürfte jetzt diesmal kein Problem sein. Und ich verabschiede mich für dieses Jahr und vielleicht möchte Aurelio auch noch was sagen. Ich habe an der Stelle nicht wirklich was zu sagen. Dann wünsche ich euch ein frohes Neues und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Dann wünsche ich euch ein frohes Neues. Dann wünsche ich euch ein frohes Neues.